Hallo Leute, willkommen zu meinem inzwischen, glaube ich, sechsten Let's Play. Wir werden Torchlight spielen und ich überlasse euch die Qual der Wahl. Denn wie bei jedem Rollenspiel, ja Torchlight ist ein Action-Rollenspiel, wie gesagt, wie bei jedem Rollenspiel kann man am Anfang aussuchen, welche Klasse nimmt man, wie spielt man, warum spielt man, was weiß ich. Und ich würde es gern sehen, wenn ihr das macht. Das heißt, wir machen ein kleines Voting-System. Ihr schreibt unter diesem Video in die Kommentare herein, was ihr gerne sehen wollt. Jeder Abonnent hat genau eine Stimme. Und ich habe auch eine Stimme, das heißt, ich werde auch was wählen. Lasst euch davon bitte nicht beeinflussen. Sucht das aus, wo ihr der Meinung seid, das würde mir am meisten Spaß machen zuzuschauen. Wir hätten hier den Destroyer, also ein mehr oder weniger purer Nahkämpfer. Den Rencrisher, beziehungsweise die Rencrisher. Eine Fernkämpferin mit Fall und Bogen, oder Armbrust, oder Pistolen, oder auch Gewehren. Oder den Archimist. Das ist der Zauberer unter den dreien. Beziehungsweise auch Beschwörer. Alles, was mit Mystik zu tun hat, fällt in sein Ressort. Das sind die drei Charakterklassen. Sucht weise aus, ihr habt eine Stimme. Dann könnt ihr noch sagen, soll ich mit Hund oder Katze spielen als Begleiter. Der Begleiter wird noch ziemlich wichtig. Obwohl ich nicht weiß, ob es wichtig ist, welche Art von Begleiter ich hier nehme. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch den Namen noch ändern. Ja, genau. Sucht euch mal noch einen schönen Namen für den Begleiter aus. Zu Demonstrationszwecken gebe ich jetzt hier mal einen Namen ein. Denn, nicht nur der Charakter ist das, was ihr aussuchen seid, sondern auch die Schwierigkeit. Denn, ich könnte auf Easy spielen. Würde ich euch nicht empfehlen. Ich würde wahrscheinlich durch das Spiel durchrennen. Normal wäre eine gute Möglichkeit. Dann ist das Spiel so, wie es eigentlich geplant wurde. Hard wäre eine Möglichkeit. Ich mag Herausforderungen. Auch Very Hard wäre eine Möglichkeit. Allerdings müsstet ihr dann damit leben, dass ich ab und an mal Offscreen levele. Bei Hard vielleicht auch schon. Aber Very Hard mit ziemlicher Sicherheit. Um überhaupt durchzukommen. Also, erschwertes Durchkommen. Das heißt, das LP wird wahrscheinlich dann ein bisschen zäher. Und wenn ihr unbedingt wollt, spiele ich auch Hardcore-Modus. Ja. Hardcore-Modus würde ich für euch spielen. Allerdings. Wie es da steht. Death is permanent. Das heißt, ich werde ab und an mal sterben. Beziehungsweise dauert. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Nur wenn ihr unbedingt wollt. Denn das könnte den Spielspaß eventuell auch ein wenig bremsen. Weiß ich nicht genau. Also, wenn ihr wollt, spiele ich auch auf Hardcore. So, eine wichtige Sache noch. Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt. Ist das Spiel komplett auf Englisch. Ich speziell habe damit kein Problem. Aber ich weiß ja nicht, wer hier zuschaut. Und wenn jemand Englisch nicht so gut versteht. Dann ist das ja auch gar kein Problem. Das heißt, ich würde ganz gerne mal ein kleines Update haben. Wenn ihr gut Englisch versteht und denkt, naja, kein Problem. Lasst ihr mal spielen. Ich schaue da so zu. Dann werde ich am Anfang nur einen ganz groben Umriss machen. Überblick über die Fähigkeiten werde ich eh machen. Auf Deutsch, klar. Wenn es ein bisschen mehr sein soll, sagt das ruhig. Dann werde ich auch, ja, immer wenn was anfällt, was sagen. Ich will nicht, dass das hier zu einem Englisch-Lermprogramm wird. Und ich will auch nicht, dass ich hier alles voraussetze. Und ihr versteht gar nichts. Da haben wir beide nichts von. Also, beziehungsweise ich und ihr als Zuschauer habt davon gar nichts. So, das sind die Sachen, aus denen ihr wählen könnt. Also, welche Charakterklasse, welches Tier, welche Schwierigkeit, wie genau soll ich erklären, um den maximalen Spaßfaktor rauszuholen. Also, der Vote ist, Moment, beginnt jetzt um 20.40 Uhr, beziehungsweise am Montag. Ich habe keine Ahnung, wann das Video oben sein wird. Vielleicht erst Dienstag, mal schauen. Und endet am Freitag. Ich glaube, das ist der 8. Ja, es dürfte der 8.11. sein. Damit ich möglichst bald anfangen kann zu spielen. Also, ich sag mal, Freitag bis 12 Uhr ist der Vote offen. Jeder Abonnent hat eine Stimme. Ich hoffe sehr, dass ihr fleißig votet. Ja, ich habe schon richtig Lust auf das Spiel. Ich würde es am liebsten jetzt spielen, aber, ja, votet mal ordentlich. Gut, dann bis zum nächsten Video.